Charles Darwin wurde 1809 als Sohn eines Arztes in England geboren. Er studierte Medizin sowie Theologie und unternahm mehrjährige Forschungsreisen. Sein wichtigstes Werk, die Entstehung der Arten durch natürliche Zuchtwahl, erschien erst 1859, 20 Jahre nachdem Darwin es konzipiert hatte. Darwin war mit der tiefreligiösen Emma Wedgwood verheiratet, die sich um seinen Seelenheil sorgte und ihm zehn Kinder gebar. Er starb 1882 im Alter von 73 Jahren. Charles Darwin war zwar kein Philosoph, doch seine Leistungen als Naturwissenschaftler und Biologe beeinflussten auch die Philosophie und die Geisteswissenschaften. Dass der Mensch ins Tierreich gehöre und vom Affen abstamme, erschütterte das menschliche Selbstverständnis damals zutiefst. Auf seiner Reise zu den Galapagos-Inseln 1835 beobachtete Darwin, dass sich die Finkenarten auf den einzelnen Inseln durch ihre Schnabelformen je nach Nahrungsangebot unterschieden. Einige besaßen kräftige Schnäbel zum Beißen großer Körner, die auf ihrer Insel gehäuft vorkamen. Andere verfügten über schmale, spitze Schnäbel, da in ihrer spezifischen Umwelt das Aufpicken von Insekten aus Baumrinden für ihr Überleben notwendig war. Außerdem fand Darwin Zwischenarten, wie eine Eidechse mit verkümmerten Gliedmaßen, die er als Übergang zur Schlange sah. So kam er zu der Schlussfolgerung, dass eine Art aus einer anderen hervorgeht. Die Arten passen sich ihrer Umgebung an und diejenigen, die am besten angepasst sind, überleben. In unserem Modell sehen wir die Nachbildung eines Fossils des ausgestorbenen Urvogels Archäopteryx. Die abnehmbare Holzform an dem Modell zeigt den Zusammenhang von Umwelt und Organismus hinsichtlich der natürlichen Auslese. Der Frage, warum eine biologische Art so gut an ihre Umwelt angepasstes, entspricht auf der Modellebene die Frage, warum die innere Holzform so gut in die äußere passt. Hat eine Intelligenz die Form der Umwelt genau vermessen und danach die Vogelform gebildet? Dies wäre die Antwort des Kreationismus. Oder passen beide Holzformen so gut zueinander, weil sie in einem Schnitt entstanden sind, sodass die innere Form unserer Vogel genau den Rest der äußeren Form der Umwelt ausmacht? Das heißt, ist der Organismus das, was die Umwelt im Kampf ums Dasein letztendlich übrig lässt, selektiert? Dies entspricht Darwins Antwort. Die Herstellung der Holzteile erfolgte in unserem Fall nach der zweiten, einfacheren Methode. Im Unterschied zum Tierzüchterbesitz die Evolution gemäß Darwin keine Absicht, kein Ziel. Ihre Bedingung für den Ausleseprozess zeigt eine Tafel unseres Modells. Besonderes Aufsehen erregte, dass auch die menschlichen geistigen Fähigkeiten wie Sprache und Gewissen aus diesem blinden Ausleseprozess hervorgegangen sein sollen. Bei seinen revolutionären Erkenntnissen blieb Darwin jedoch vorsichtig. Gott und die Naturgesetze waren für Darwin vereinbar. Die christliche Moral blieb für ihn gültig. Unser Modell veranschaulicht den Stammbaum des Tierreiches. Die Entwicklung der Arten aus den Einzellern. Die schwarz gezeichneten Arten sind ausgestorben. Dass Darwins Erkenntnisse im 20. Jahrhundert missbraucht wurden, wäre nicht in seinem Sinne gewesen. Er lehnte ein Werturteil über die Arten ab. Eine sogenannte höhere Art bedeutete für Darwin eine komplexere Art, nicht eine bessere.